Endlich haben wir Ferien! Gregory, was willst du in deinen Ferien machen? Ich werde jeden Tag Videos von Hazen angucken. Gregory, willst du nur die Shorts gucken oder auch die normalen Videos? Natürlich auch die normalen Videos. Gregory, dafür kriegst du 100.000 Euro. Hier in Himm. Und weißt du was, Gregory? Dafür kriegst du auch noch einen nagelneuen Ford Focus RS. So, kleiner Emilio, was willst du in den Ferien machen? Willst du auch Hazen angucken? Nein. Hazen ist scheiße. Ich gucke nur I Cry Makes and Lucas Brawl Stars. Also willst du keine 100.000 Euro? Nee, will ich nicht. Meine Familie ist sowieso bereit. Gregory, was soll ich deiner Meinung nach mit dem Jungen machen? Mach ihn fertig. Dein Wunsch ist mein Buffet. Oh bitte, das war doch nur ein Spaß. Gregory, hat der Spaß gemacht? Nee. Aus da rein.